Ach hier ist genau hier ist die Oxygen Strecke Und ich muss eigentlich weiter in die Antike Stätte So war das richtig So cool dass es halt wie früher ist Das ist so cool, ich liebe das Coco Park, ach du Schande Erinnere ich mich auch an die Strecke, weil die anderen habe ich mich an erinnert Aber an die... Glaube ich tatsächlich nicht, ne Naja wird schon Hoffe ich mal Haha Zehn voll Ja ja komm Oh Verlangsamung für die, das ist super Ich kann halt gar nichts, ne Geht einfach nicht Und das hab ich auch noch geschlafen hab Hab ich wirklich Stimmt, die werden ja erst zu den besseren Dingern Wenn man 10 Früchte voll hat Ja klar Power-Ups, ne Ach Nolen Manchmal Ups Die war mies platziert Weil die machen halt auch mehr Damage Und sie halten die Gegner halt auch länger auf Falls sie da rein fahren Jo Ein Schutz und Schnelligkeits Power ab hier Ja das war doch nice Das war doch richtig entspannt Ich erinnere mich Die konnte auch richtig krebs werden Ich erinnere mich voll dran Ich erinnere mich voll dran Ok, der Stoff war scheiße Ne geh mal weg mit deiner Rakete da Ich bin unter der Krebs Ich bin unter der Krebs Echt schlecht Krebs Aus der weg! Hilfe! 10 ich bin manchmal premium manchmal richtig premium vielleicht doch meinen polarbären auswählen sollen, der ist momentan echt gut war der gesagt ach scheuser oder ach scheiße ich bin mir grad nicht so sicher was er gesagt hat hansa getroffen hat so eine kleine wolke über den kopf stimmt, die items sollen hier sogar in die luft hängen richtig wow hier guck mal, ich bin ein bisschen reingekommen in das game und die strecken werden auch besser gefühlt ich sprich jetzt immer noch nicht, aber das kann man hier auch nicht wirklich also das ist hier so eine reine sprungstrecke einfach ist immer wirklich reingefahren, der idiot nochmal sieg wuuuuh jabbadi jabbada du 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 na, ja so ein Auge fällt wieder raus, dann check ich gleich wieder rein das ist schon ein bisschen widerlich tuk Papus Pyramide die haben sie echt gut überarbeitet, ey holy shit der arme Jäger da oben das ist ein arme Jäger, ich bin lieber froh, dass er nichts abschießt ok, das war nicht für mich bestimmt stimmt, die fleischfressende pflanzen hier ich erinnere mich jetzt wird es aber kuschelig hier, leut auch frech, Darks oh, danke für das anschieben das war legit ganz lieb das ist jetzt gerade ein wenig geschissen mit dem oh, nein oh, nein oh, scheiße ja, ein bisschen schneller darf ich jetzt noch werden, ja da muss ich jetzt ein bisschen hinterher kommen Weil da brauche ich neue Sicht. Das ist doch langsam nicht mehr wahr hier. Das ist nicht gut. Neuer Versuch. Ich bin jetzt natürlich selber abgeschossen hier. Nee. Nein. Das kann nicht wahr sein. Nein. Nein. Ich habe jetzt die Windows fast wieder gedrückt. Ich habe jetzt voll das Overlay drin. Jedes Glück nicht. Aber ich. Warte mal kurz. So. Fortsetzen. Das war mir zum Glück mal ein bisschen lucky hier. Das ist unglaublich. Wieso nehme ich eigentlich diese zweite Kurve immer zu eng. Das war mir so gut. Das war mir ganz schön. Das war mir ganz schön. Ja. Komm ist gut. Oh Gott, erinnere ich mich an die Strecke? Ja, doch, ich glaube schon. Oh Gott, was? Ja, doch, ich komme schon in die Strecke. So vage. Ganz, ganz vage. Durch, das kann ich am besten. Klang. Nein, andere Richtung. Oh Gott, das gürtelt hier. Das war eine Rakete hinter mir. Ach nee. Okay, es hat Pua getroffen, aber nicht Gingo. Ich will nicht in der Wallerei fahren. Ich bin schon wieder da. Jetzt nicht mehr. Oh, komm schon. Oh, das war knapp. Nein. Ach, come on, Alter. Das ist ein Scherz, oder? Ich bin schon wieder da. Das war lucky. Okay. Dankeschön. Dankeschön. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö so schnell du fressen staub papu papu den haben sie dünner gemacht als früher der war früher und fetter und größer gar nix ach da war die kiste das ist nicht dein ernst dass ich das gerade getan habe ich bin gerade echt dumm ich bin ja ein boost hier und fast wieder runter nein 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 ich bin nur diesen drifter reinpuffen muss das so nervig erstmal kein item für mich und erstmal scheiße bauen hier es ist langsam nicht mehr wahr hier was ich hier mache aber er holt sich halt super schnell davon geschafft stinkt ihr crash womöglich viel größeres problem für dich eher nicht so groß aber ja viel viel böser das stimmt wohl